Hi Leute, ich bin hier an der Würmquelle. Ihr würdet euch jetzt wundern. Hä? Du warst doch schon mal an der Würmquelle. Aber sie teilt sich in zwei Bächen auf und dann ist hier die andere Quelle. Viele sagen und eBay sagt, oder wie es sich auch nennt, dass sie halt hier die wirkliche Quelle ist. Also hier ist halt die zweite Quelle praktisch. Die kommt dann von dem Feld hier. Und also jetzt würde ich meine letzten Wörter rausreden und dann wird hier noch ein bisschen gezeigt. Einfach mal so zu zeigen. Also wie findet ihr es? Ist das hier die richtige Quelle oder die andere Quelle, wo wir schon mal vor einem Jahr ein Video gedreht haben? Oder findet ihr, dass alle Quellen gleich sind? Also dass sie die richtigen Quellen von jeder, also von jedem, wenn sie sich auch sagt, von jeder Würm praktisch, also sie teilt sich ja wieder dann, wird dann zusammen. Also dass jede Quelle von der Würm die richtige ist. Ciao Leute.